Ich freue mich, heute bei Ihnen hier zu sein und würde Ihnen heute einen prägnanten kurzen Vortrag über aktuelle Marktentwicklung auf den Wohnungs- und Immobilienmärkten vorstellen. Im Fokus stehen dabei heute die angespannten Wohnungsmärkte und hier ganz besonders auch die aktuelle Problematik des Wohnungsneubaus, des Problems, dass wir immer noch nicht genug Wohnungsneubau in Deutschland auch haben, im Blick auf die hohe Nachfrage, die sich in den letzten Jahren auch eingestellt hat. Und deshalb möchte ich eigentlich nur ganz kurz auf die Wohnungsmarktsituation eingehen, wie sie sich auch sehr heterogen in Deutschland entwickelt, um Ihnen dann einige Anreize und Hemmnisse für den Wohnungsneubau vorzustellen und abschließend einige wohnungspolitische Ansätze zu erläutern, wie man einer Steigerung des Wohnungsneubaus dann auch entgegenkommen kann. Marktanspannungen, Preissteigerungen, das Problem, eine passende Wohnung zu finden, sind alles Themen, die in den letzten Jahren auch sehr stark in den Medien vertreten waren. Das war in früheren Jahren keineswegs der Fall und wir merken es selbst auch bei uns im Institut, was die Anfragen, Medienanfragen auch angeht, die müssen wir zusätzlich zu den politischen Anfragen und wissenschaftlichen Anfragen, die bei uns eingehen, mittlerweile auch sehr umfassend bewältigen. Und wir sehen also nicht nur in den Medien, sondern tatsächlich auch über das, was wir regelmäßig in unseren Analysen durchführen, wie angespannt doch viele städtische Märkte sich in den letzten Jahren auch herauskristallisieren. Das Thema Wohnungsnot hat sich auch immer mal wieder manifestiert und hier geht es jetzt darum zu schauen, wie kann man diesem Angebotsproblem dann auch entgegenkommen. Zunächst einmal vielleicht einen Blick in die Regionen Deutschlands, das ist also auch ein ganz wichtiger Ansatz, den wir bei uns im Institut verfolgen. Wir schauen nicht nach bundesweiten Trends, sondern gucken, wie sich die Regionen in Deutschland, wie unterschiedlich sie sich auch entwickeln. Und das wird eigentlich ganz anschaulich mit dieser Karte, die ich Ihnen hier einmal vorstellen möchte. Es geht hier um die Bevölkerungsentwicklung der Jahre 2010 bis 2015. Und Sie können in den Einfärbungen erkennen, in Rot dargestellt sind solche Städte und Regionen, Regionen, die sich positiv entwickelt haben, wo es also das Bevölkerungswachstum stattgefunden hat. In Blau sind solche Städte und Regionen dargestellt, in denen die Bevölkerung zurückgeht, wo wir also Schrumpfungsprobleme dann auch erkennen, die bis hin gehen bis zu Leerstandsproblemen, zu stabilen bzw. teilweise auch fallenden Immobilienpreisen und auch teilweise den Vermarktungsproblemen von Immobilien. Das soll aber heute jetzt nicht so das Thema sein, sondern wir konzentrieren uns heute etwas stärker auf die rot eingefärbten Gebiete, nämlich solche, in denen halt ein sehr hoher Nachfragedruck auch besteht. Und wenn Sie sich mal dieses Kartogramm auf der rechten Seite anschauen, das ist ganz interessant, dass hier also nicht die Karte, die Kreise und Städte nicht aufgrund ihrer Katasterfläche in der Größe dargestellt sind, sondern die Größe ist definiert über die Bevölkerungszahl der jeweiligen Städte und Kreise. Sie können also erkennen, dass solche besonders dicht besiedelten Städte und Regionen sich aufblähen, solche, die eine geringere Bevölkerungsdichte haben, komprimieren. Und Sie können hier also ganz anschaulich sehen, dass gerade diese Metropolregionen und Metropolstädte mit einer hohen Bevölkerungszahl dann auch, wo auch viele Menschen dann betroffen sind von diesem hohen Nachfragedruck. Daraus ergeben sich aus dem Nachfragedruck heraus sehr markante Preis- und Mietensteigerungen, wie wir sie in den letzten Jahren vielfach auch feststellen können in den Boomregionen und Boomstädten. Hier einmal die Struktur der Angebotsmieten aus Erst- und Wiedervermietungen dargestellt. Je dunkler, umso teurer. Und da fallen dann doch auch die bekannten Metropolen, Wachstumsräume doch auch raus, die teils mittlerweile auch erhebliche Mieten, Erst- und Wiedervermietungsmieten dann auch aufweisen. Die Region München ist natürlich weit ab von allem, aber natürlich auch der Rhein-Main-Bereich, die Rheinschiene in Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Umland, Stuttgart und Umland. Und das sind aber dann auch nicht nur diese großen Städte, die entsprechend hohe Mieten mittlerweile erzielen, sondern es sind mittlerweile auch Mittelstädte, kleine und große Mittelstädte, die also auch nur gesteigerte Nachfrage erzielt haben. Beispielsweise Universitätsstädte, die haben sich also in den letzten Jahren auch sehr stark herauskristallisiert mit einem Wahnsinns-Zuzug von Studenten. Das war einerseits zurückzuführen auf Zuwanderungen innerhalb Deutschlands, das sind diese sogenannten Binnenwanderung, aber natürlich auch aufgrund der stark gestiegenen Zahl von Außenwanderungen. Hier noch einmal die Entwicklung veranschaulicht für einige wenige Städte. Ich habe mal einen Fokus herausgenommen auf westliche und südliche Städte, wo Sie also auch München wieder ganz gut hier unten erkennen können, was sich also ganz besonders abhebt und sicherlich eine Sondersituation auch in Deutschland dann auch darstellt mit der Höhe des Mietenniveaus, aber auch den Steigerungsraten. Aber auch viele andere Städte, die auch relativ kontinuierlich dann Mietensteigerungen aufweisen und somit ein Problem der Wohnungsversorgung dort auch klar wird, was sich also nicht nur auch auf einkommensschwache Haushalte bezieht, sondern wo also auch Haushalte mittleren Einkommens mittlerweile Probleme haben, sich noch mit adäquatem Wohnraum zu versorgen. Woran liegt das nun? Das ist oder ich möchte Ihnen einige Anreize darstellen, warum Wohnungsneubau so attraktiv sein kann, warum aktuell Wohnungsneubau auch so attraktiv ist, bevor ich dann nachher auf die Hemmnisse näher eingehen möchte. Die steigende Wohnungsnachfrage in den Wachstumsräumen, wie wir sie jetzt gerade eben auch schon in den Karten dann auch wieder finden konnten, ist sicherlich ein ganz klarer Pushfaktor für mehr Wohnungsneubau. Das heißt, wenn die Nachfrage da ist, macht es natürlich auch Sinn, das Angebot entsprechend auszuweiten, weil dann natürlich auch dauerhaft mit einem Bezug zu rechnen ist und das gerade so unter Anlagegesichtspunkten dann natürlich auch eine relativ wertsichere Anlage dann auch darstellt. Und das ist auch das, diese Wertsicherheit, weshalb Immobilien auch in den letzten Jahren so sehr an Attraktivität gewonnen haben, aus dem Innen- und aus dem Ausland, haben also die deutschen Immobilienmärkte doch zunehmend Interesse gerufen und die Bereitschaft ist da wirklich auch sein Geld in Immobilien festzulegen, einerseits wegen der Sicherheit, aber andererseits auch wegen teilweise noch zu erzielenden Renditen, wie sie halt vielleicht in anderen Anlageformen dann mittlerweile nicht mehr erzielt werden können. Die günstigen Finanzierungsbedingungen sind sicherlich auch ein klarer Pushfaktor für mehr Wohnungsneubau. Hier sind sicherlich ganz besondere dann auch Privathaushalte zu sehen, die dann doch auch so ihr das Eigentum dann auch generieren möchten und mit den niedrigen Zinsen dann auch tatsächlich auch die Möglichkeit haben, dies auch zu realisieren, was in früheren Jahren vielleicht aufgrund der höheren Zinssituation so noch nicht möglich gewesen wäre. Wenn dann natürlich ein gewisses Eigenkapital dann auch vorhanden ist, also man muss natürlich auch ganz klar sehen, dass auch unter Sicherheitsgesichtspunkten die Kriterien zur Vergabe von Krediten natürlich auch in den letzten Jahren zugenommen haben. Es hat ja in den letzten Jahren natürlich auch in anderen Staaten im Zuge der Immobilienpreisblase auch die Schattenseiten einer laxen Immobilienkreditvergabe sich dann auch wieder gespiegelt und da hat Deutschland sicherlich auch entsprechend gegengewirkt. Allerdings ein bisschen vielleicht auch die Schattenseite der niedrigen Zinsen ist, dass dadurch natürlich auch wieder die Nachfrage umso mehr steigt dann, gerade im Zug der Eigentumsbildung und das sich natürlich dann auch wieder preistreibend auf den zumindest wachsenden Wohnungsmärkten dann auch wieder niederschlägt. Das heißt, hier haben wir also auch wieder eine direkte Verknüpfung zwischen niedrigen Zinsen und weiteren Anspannungen auf den Wohnungs- und Immobilienmärkten. Und ich hatte es schon angedeutet, so der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist halt weiterhin auch präsent in Deutschland. Wir sind zwar ein Land mit europäischen und internationalen Vergleichs, vergleichsweise niedrigen Eigentümerquoten, was sich aber auf jeden Fall auch damit erklären lässt, dass wir halt einen sehr ausgewogenen, vielseitigen und auch guten Mietwohnungsmarkt auch haben und für viele gar nicht so der Zwang besteht, in Eigentum zu gehen, um sich dann auch wirklich, was die Wohnqualität angeht, verbessern zu müssen. Von daher sehen wir das also auch gar nicht so kritisch, wie es halt vielfach in der Fachwelt auch bemängelt wird, dass Deutschland halt so eine niedrige Eigentümerquote hat. Das ist einfach historisch bedingt und auch auf die aktuelle Struktur der Mietwohnungsmärkte. Und der Aspekt Altersvorsorge ist natürlich auch nochmal ein Punkt, der halt die Privateigentümer dann auch an den Anreiz schafft, sich Eigentum zu bilden, um halt für die Zukunft dann auch vorgesorgt zu haben. Und nun schauen wir auch nochmal in die Regionen. Wie sieht es denn jetzt mit der Bautätigkeit in Deutschland aus? Die Bautätigkeit hat seit Ende des letzten Jahrzehnts enorm zugenommen. Wir waren Ende des letzten Jahrzehnts noch bei deutschlandweit ungefähr 160.000 fertiggestellten Wohnungen. Nun sind wir mittlerweile im Jahr 2016 schon bei knapp 280.000 Wohnungen. Die Zahl der Baugenehmigungen ist sogar noch deutlich höher. Da liegen wir also so bei 375.000 Wohnungen im letzten Jahr und können also in den ganzen letzten Jahren einen deutlichen Anstieg von Baugenehmigungen und Baufertigstellungen erkennen. Jetzt 2017, so die ersten Zahlen, die jetzt bundesweit vorliegen, was die Genehmigungszahlen angeht. Da haben Sie sicherlich auch in den Fachmedien schon mitbekommen, dass also hier ein Rückgang zu verzeichnen ist, was die Genehmigungszahlen angeht. Das trifft aber vor allen Dingen auf den Eigenheimbereich und auch den Bereich der Wohnheime. Das heißt, die Geschosswohnungsfertigstellungen, die ja besonders relevant sind auch für die angespannten städtischen Wohnungsmärkte, die sind zwar auch zurückgegangen, aber noch im leicht positiven Bereich. Hier muss man jetzt halt sehen, wie Politik und Planung agieren können, um dann doch auch dem hohen Bedarf dann in den städtischen Märkten noch weiter gerecht werden zu können. Dass so ein Rückgang stattfindet, ist sicherlich auf diese Hemmnisse zurückzuführen, auf die ich dann gleich noch gerne eingehen möchte. Hier nochmal nun die angedeuteten Karten. Wir sehen also eine Differenzierung nach Regionen, nach Siedlungstypen und in der linken Karte einmal dargestellt die Ein- und Zweifamilienhausneubau, in der rechten Karte den Geschosswohnungsneubau. Sie sehen also, je dunkler, umso mehr Wohnungen wurden da je 10.000 Einwohner realisiert, können also beim Ein- und Zweifamilienhausbau sicherlich klassischerweise und erwartungsweise vor allem die Umlandkreise und ländliche Kreise erkennen, in denen halt die Neubauzahlen hier besonders hoch sind. Das ist häufig das Umland der wachsenden, prosperierenden Regionen. Das können aber auch touristisch attraktive Regionen, die Küstenstandorte sein und teilweise auch so Grenzregionen im Westen, die also auch sehr hohe Fertigstellungszahlen erkennen lassen. Im Geschosswohnungsbau sehen wir den Fokus eher auf den Kernstädten, auf den Groß- und Mittelstädten, in denen die Neubautätigkeit in den letzten Jahren doch deutlich zugenommen hat und auch teilweise so an den touristisch attraktiven Standorten, wo also auch noch die Nachfrage nach Geschosswohnungen, die sich aus dem Tourismus ableitet, dann auch wiederzufinden ist. Aber vielleicht auch ein Zeichen, weshalb nun mittlerweile die Baugenehmigungszahlen eher stagnieren und es sind halt die Hemmnisse, die sich doch in Deutschland auch sehr breit und vehement darstellen. Ich habe jetzt einmal nur herausgepickt Hemmnisse, die aus Investorensicht zu verzeichnen sind. Das ist zurückzuführen auf eine Studie, die wir vergeben haben, in der in fünf Fallstädten einmal verschiedenste Immobilieninvestoren näher zu ihren Beweggründen zum Neubau befragt wurden, aber auch, was die davon abhält, weiter Neubau zu betreiben. Und ja, ganz klar im Vordergrund an überster Stelle steht halt die Grundstücksverfügbarkeit, die in den Wachstumsräumen halt das zentrale Problem ist. Nicht nur die Anzahl der Baugrundstücke, die halt fehlt, sondern auch die Bezahlbarkeit von Baugrundstücken ist hier ein ganz zentrales Problem und sodass also auch manche Immobilien Interessierte auch gar nicht mehr die Möglichkeit haben, noch irgendwie kostendeckend Wohnraum zu schaffen. Vor allen Dingen solche, die dann halt eher kostengünstigen Wohnraum auch anbieten möchten, sei es Genossenschaften oder an kommunale Bauträger oder ähnliche, die es halt zu den gegebenen Baulandpreisen halt so nicht mehr kostendeckend realisieren können. Die mangelnde Transparenz wird auch auf den Wohnungsmärkten, auf den lokalen Märkten sehr häufig bemängelt, sodass also auch hier die Notwendigkeit besteht, halt auch Baulandpotenziale noch stärker herauszuarbeiten innerhalb der Kommunen und zu schauen, was ist verfügbar beziehungsweise was kann auch noch verfügbar gemacht werden. Das heißt also auch die Eigentümeraktivierung vorhandene Baulücken in Wert zu setzen, indem dort Immobilien gebaut werden, das ist also auch noch eine zentrale Aufgabe. Planungs- und Genehmigungsverfahren sind in Deutschland auch ein großes Ärgernis für viele Immobilieninteressierte, weil die Verfahren häufig sehr lange dauern, was sich natürlich auch erklären lässt mit der eben skizzierten Entwicklung der Neubautätigkeit. Das heißt, wir hatten seit Mitte der 90er Jahre einen deutlichen Rückgang der Neubautätigkeit und das machte sich dann natürlich auch in den Kommunen, in den Stadtverwaltungen, dann auch im Personalbestand der entsprechenden Genehmigungsbehörden dann auch kam zum Tragen. Und dieser jetzt in den letzten Jahren angelaufene Anstieg an Bauinteresse und an Genehmigungsverfahren kann also derzeit nicht in vollem Umfang dann von den Kommunen häufig so bewältigt werden, wie es als nötig wäre, um auch kurzfristig mehr Wohnraum schaffen zu können. Außerdem sind die hohen Auflagen, die sich in den letzten Jahren dann auch noch verstärkt haben, was die Baurealisierung auch angeht, auch ein Hemmnis beim Neubau, nicht nur was halt auch die Genehmigungsverfahren angeht, sondern dann natürlich auch, was die Baukosten angeht und die Realisierungszeiten. Zivilgesellschaftliche Widerstände sind ein weiteres Problem, wo man sich vor Ort also häufiger auch jetzt mit Nachbarschaften und auch Bürgerinitiativen noch stärker auseinandersetzen muss, dass hier also doch häufig so das Problem besteht, dass in der Nachbarschaft dann doch kein Neubau gewollt ist. Da geht es dann um Sicherung der grünen Anlagen oder Klimaschutz, also Kühlungs-Freschluftbereiche dann auch freizuhalten oder einfach halt auch die Vorbehalte bestehen vor einer zu hohen Nachverdichtung. Daher gibt es jetzt doch einige Ansätze, wie jetzt Wohnungsneubau dann auch, die Wohnungsengpässe denen entgegengekommen werden soll und kann. Ganz klar im Vordergrund steht natürlich die Ausweitung des Wohnungsangebots, das kann einerseits über den beschriebenen Neubau erfolgen. Ersatzneubau ist aber auch nochmal ein spezielles Thema des Neubaus, wo auch eine Nachverdichtung auch möglich ist, wo man also kleinere Einheiten, die nicht mehr sinnvoll auch renoviert in Wert gesetzt werden können, auch abgerissen werden können und ein verdichteter Neubau dann an diesen Standorten auch möglich wäre. Bestandserweiterungen sind natürlich auch ein wesentliches Thema. Hierzu hat es auch schon Studien bei uns im Haus gegeben, beispielsweise welche Potenziale dafür bestehen, Dachgeschoss auszubauen oder Aufstockungen vorzunehmen. Hier hat sich also schon herauskristallisiert, dass in vielen Städten die Potenziale recht hoch sind. Umwandlung von Nichtwohngebäuden in Wohngebäude ist auch ein zentrales Thema, was also auch jetzt viel mehr wahrgenommen wird, gerade bei beispielsweise Bürostand oder Büroimmobilien oder Krankenhausimmobilien, die nicht mehr leer stehen, nicht mehr als solches genutzt werden. Hat man also auch hier die Möglichkeit, diese in Wohnraum umzuwandeln. Dann, zentrales Thema ist natürlich die Ausweitung, die Verfügbarstellung von bezahlbarem Bauland, die Schaffung von Baurechten und auch die die Schaffung von Anreizen für ein vorhandenes Bauland dann auch zu mobilisieren. Regionale Kooperationen stehen, sind auch, das war schon zu meinen Studienzeiten so, dass das eigentlich gefordert wurde, dass die Kommunen viel mehr auch mit ihren Umlandgemeinden auch zusammenarbeiten müssen, um auch aufeinander abgestimmt beispielsweise Bauland-Ausweisungen zu betreiben. Aber auch im gewerblichen Bereich hat das eine hohe Relevanz und erst recht natürlich im Infrastrukturbereich. Aber hier zeigt sich doch auch häufig immer wieder noch das Kirchtumsdenken, was da sich stark macht, beziehungsweise erst recht wird es natürlich schwieriger, wenn es um gemeinsame Finanzierungen dann auch geht. Kooperationen zwischen den Akteuren vor Ort haben sich in den letzten Jahren auch sehr stark verbreitet. Das sind häufig so Bündnisse für bezahlbares Wohnen genannt, wo also Kommunen, Immobilieninteressenten, verschiedene Verbände, Mieterverbände und Immobilienverbände zusammenkommen, gemeinsame Ziele entwickeln. Im einfachsten Fall sogar aber dann bis hin zu gemeinsamen Projektentwicklungen, also die Möglichkeit bieten, auch mehr Wohnraum zu schaffen. Und abschließend die Senkung der Baukosten ist natürlich ein zentrales Thema, dem sich auch beispielsweise auf Bundesebene die Baukostensenkungskommission auch näher gewidmet hat. Das ist allerdings auch wirklich ein ganz dickes Brett. Die Baukosten sind in den letzten Jahren enorm angestiegen aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier nicht näher erläutern kann. Aber hier heranzugehen, um dann wirklich auch bezahlbaren Wohnraum realisieren zu können, ist sicherlich eine große Aufgabe. Die Dämpfung von Mietensteigerungen. Da gab es verschiedene Ansätze. Ich möchte nur die Mietpreisbremse nennen oder Kappungsgrenzenverordnung, wo sich jetzt schon herauskristallisiert hat, dass die Effekte eher marginal sind oder auch so bisher nicht nachgewiesen werden können. Also sehr, sehr umstritten. Die Schaffung von urbanen Gebieten war auch so ein Ansatz über die Baunutzungsverordnung, kompakteres Wohnen dann auch in den Städten und auch gemischtes Wohnen realisieren zu können. Die soziale Wohnraumförderung ist auch ein Aspekt, gerade auch wieder für das bezahlbare Wohnen, wo auch noch mehr Input geleistet werden muss. Der Bund hat hier schon mehr investiert. Das wird aber in den Ländern manchmal nicht so tatsächlich auch in den Wohnungsbau umgesetzt, wie es wünschenswert wäre. Das Problem ist halt, dass preisgebundene Wohnungen zunehmend auslaufen, weil es ja immer auf bestimmte Jahre, meist 20 Jahre begrenzt ist. Und dadurch halt die Zahl sozial oder mietpreisgebundener Wohnungen in Deutschland sich deutlich verringern. Ich gehe direkt zum letzten Punkt, weil die Zeit jetzt doch sehr drängt. Also es ist wichtig, die Flächen- und Objektpotenziale zu heben in Deutschland. Das heißt, zu gucken, wo kann noch etwas an Neubau realisiert werden. Natürlich bevorzugt im Innenbereich. Wenn es dann gar nicht anders geht, ist der Außenbereich dann natürlich auch eine Möglichkeit, die aber natürlich auch mit erheblichen Kosten und Infrastrukturleistungen dann auch verbunden ist. Aber man muss natürlich auch mittelfristig in die Zukunft schauen und gucken, wie lange hält die Nachfrage auch wirklich noch an, um dann nicht die Leerstände von morgen mit dem aktuellen Neubau-Hype dann auch zu realisieren. Ja und damit wünsche ich Ihnen noch eine schöne Veranstaltung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.